Mit der heutigen Büroeröffnung von Randastic kann ich als Bürgerbeister der Gemeinde Pasching sehr stolz sein. Früher ist Pasching durch den Fußball europaweit bekannt geworden und mit Randastic sind wir weltweit nun bekannt als Gemeinde Pasching. Die Eigentümer von Randastic sind ja stolz hier in der Plus City ihr Büro zu haben, im schönsten Einkaufszentrum von Österreich und auch als Steuerzahler merkt man natürlich dieses Unternehmen ganz gewaltig in der Gemeindekasse von Pasching.